Hast du einen Lieblingswitschen, Herr Gericht? Ja, ich hab Umberto. Kennst du den mit Umberto? Ja, den kennen wir, aber egal, erzähl ihn trotzdem nochmal. Der ist total schön. Also ist seit 23.30 Uhr, kann man erzählen, ne? Umberto. Ja, selbstverständlich. Natürlich, da klingelt einer an der Tür und sagt, man geht die Tür auf und er sagt, guten Tag, mein Name ist Umberto, ist zu Wien gekommen, um zu vögeln ihre Tochter, sagt der Mann an der Tür. Um was bitte? Umberto. Applaus